Die nächste SNC-Neuentwicklung für Sie, eine Weltneuheit! UV-Wetlook-Color-Gele Lernen Sie die SNC-UV-Wetlook-Color-Gele kennen und lassen Sie sich vom erstaunlichen Farbeffekt und Hochglanz überraschen. Anwendung Die UV-Wetlook-Gele werden direkt auf Haftgel, Brudiergel oder auch auf in Form gefeiltes Aufbaugel aufgetragen. Danach 2 Minuten aushärten und fertig ist die Modellage. Bis zu 20 Minuten Zeitersparnis sind bei einer kompletten Modellage zu erreichen. Die UV-Wetlook-Color-Gele härten in 2 Minuten im Lichtgerät aus, haben keine klebrige Schwitzschicht, besitzen einen extremen Hochglanz und bestechen durch eine hohe Farbbrillanz. Lange Modellagen werden verkürzt. Kein Abgliedern, keine Zelletten und kein Versiegelungsgel mehr nötig. Gerne können die Gel-Nägel auch mit dem neuen Care-Glosser einmassiert werden, für eine gepflegte Nagelhaut und sehr lange Glanzhaltung. Die nächste SNC-Neuentwicklung für Sie. UV-Wetlook-Color-Gele Kein Abgliedern, keine Zelletten und kein Versiegelungsgel mehr nötig. Müntag-Gele Kein Abgliedern, keine Zelletten-Guert-Gele